Hi Leute, heute bin ich in Oberstdorf. Ich teste mal hier so ein Ski-Bike. Macht mega Bock. Guck mal, ich habe da leider keine Halterung mit. Guck ich mal, ob ich so in die gebacken kriege mit dem festhalten. Schauen wir mal. Macht jeden Fall Bock. Guck. Also, jetzt macht's Bock. So, nächster Platt. Ohne Hell. Ohne Protection. Sehr gefährlich. Boah, ich bin wieder arschig. Oh Mann, ich bin reingeflogen. Geiler. Hier ist der Schlepplift. Ich kann uns hier nach oben bringen. Die kleine Bahn hier. Alles sehr schön hier. Oberstdorf. So, jetzt bin ich mit einem anderen Gerät unterwegs. Mit zwei Kufen. Lenker, Rockshops-Grabel. Das ist ein bisschen schwieriger als das Bike. Schauen wir mal. So, das erste Abfahrt. Ich bin irgendwie. Das war so geil, wenn ich das sehe. Das war so geil. 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 Und einfach ins Dach machen. Ich kann das Dach machen.